Horoskop für heute, Jungfrau, 15. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der heutige Transit von Sonne und Hieron kann Gefühle in Bezug auf Besitz oder das Teilen von Dingen verkomplizieren. Schuldgefühle könnten gesunde Interaktionen beeinträchtigen. Trotzdem ist dies eine Zeit, um aus den Schwachstellen zu lernen, die jetzt auftreten. Glücklicherweise verläuft der Tag viel reibungsloser. Ein Transit von Sonne und Jupiter übernimmt die Kontrolle und Sie können sich gezwungen fühlen, etwas im Zusammenhang mit Ihrem Geschäft oder Ihren praktischen Angelegenheiten zu entwickeln. Da die Sonne in Ihrem Ressourcensektor mit Jupiter in Ihrem Haus der Karriere und des Ansehens harmoniert, können die Leute ihre Bemühungen, Talente oder Leistungen bemerken. Sie neigen dazu, die richtigen Leute oder Ressourcen anzuziehen, um Ihre Ziele voranzutreiben. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, erweitern Sie Ihre Komfortzone, helfen Sie anderen und machen Sie den ersten Schritt. Es ist ein guter Zeitpunkt, um kreative Änderungen und Verbesserungen in Ihrem Leben vorzunehmen. Sie sind heute in hervorragender Verfassung, um kreative Lösungen für praktische Angelegenheiten zu finden. Ihre Aufgaben können Ihnen besondere Befriedigung verschaffen und ein freigiebiger, großzügiger Ansatz wirkt Wunder. Ein atemberaubend spektakulärer Tag liegt vor Ihnen. Tatsächlich könnte es eine der glücklichsten Zeiten des Jahres werden. Das liegt daran, dass die kraftvolle Sonne sich mit dem mächtigen Jupiter verbindet, unserem großen Wohltäter, der die schönsten Segnungen und Wunder des Lebens schenkt. Sie werden sich wie auf Wolke sieben fühlen, da Sie zu diesem Zeitpunkt vorteilhafte Verbindungen zu allen Menschen haben, insbesondere zu Ihrem romantischen Partner. Wenn Sie Single sind, wäre heute ein freudiger Zeitpunkt, um Kontakte zu knüpfen oder ein verschwenderisches und opulentes Steg mit jemandem zu planen, der Ihnen gefällt. Sie könnten wahre und vollkommene Glückseligkeit empfinden. Sie werden so viel Zeug ausgraben. Wenn irgendjemand etwas herausfinden kann, dann Sie, besonders nach dem Merkur in den Skorpion eintritt. Diese Merkurperiode wird Ihren inneren Privatdetektiv zum Vorschein bringen. Es könnte Ihnen leichter fallen, relevante Informationen zu finden, die scheinbar niemand sonst aufdecken kann. Auch Ihre Kollegen beginnen, sich Ihnen mehr anzuvertrauen, sodass Sie viele private Informationen über Ihren Job und die Aktivitäten anderer bei der Arbeit erhalten. Halten Sie Augen und Ohren offen, denn Sie wissen nie, was Sie sonst noch bei der Arbeit finden könnten. Denken Sie über Ihre typische Reaktion auf Konflikte nach und fragen Sie sich, was Sie ändern würden, wenn Sie die Chance dazu hätten. Das ist keine einfache Frage. Die Planetenkonstellation wird eine Situation darstellen, in der Sie etwas ausarbeiten müssen. Sie müssen nicht alles perfekt machen, aber Sie sollten Ihre Rolle in allem, was passiert, verstehen. Was Sie während dieser Zeit körperlich tun, wird Ihr Verhalten beeinflussen. Trinken Sie viel Wasser. Heute haben Sie die richtigen Karten im Spiel. Im Beruf kann das einen Aufstieg, eine Beförderung, mehr Verantwortung und wer weiß, was noch alles bedeuten. Vielleicht eine Gehaltserhöhung. Zögern Sie also nicht, voranzukommen, mit Leuten, die Sie kennen, in Kontakt zu treten und zu verhandeln. Sie werden in allem, was Sie tun, erfolgreich sein. In Ihrem Gefühlsleben werden Sie eine kurze Phase der Instabilität erleben, aber Sie werden jemandem näherkommen, der Ihnen wichtig ist, und dieser Mensch wird Ihnen gegenüber nicht gleichgültig sein. Seien Sie großzügig, und Sie werden schnell wieder etwas Harmonie in Ihr Leben bringen. Während Venus, der Planet der Liebe, sich Ihrem letzten Wochenende in Ihrem Kommunikationssektor nähert, wird Ihre Mission, Ihrem Herzen und Ihren Beziehungen eine Stimme zu geben, deutlich einfacher. Da bereits eine freundschaftliche Verbindung mit Saturn in Ihrem Beziehungssektor besteht und eine weitere am Horizont auftaucht, wird diese Aufgabe bald noch müheloser sein. Die bevorstehende Ankunft des Mondes morgen verstärkt diese Dynamik noch weiter. Zu dieser Leichtigkeit kommt noch hinzu, dass Merkur, bekannt für hervorragende Kommunikation, morgen Venus in ihrem Kommunikationssektor beitritt. Währenddessen ergänzt Merkur's finanzieller Scharfsinn während seines letzten vollen Tages in Ihrem Einkommenssektor heute die Erkenntnisse des Mondes in den Bereichen Finanzen und Karriere. Während beide Planeten in Ihrem Kommunikationssektor langsamer werden und in Ihre letzten Wochen der rückläufigen Bewegung in Ihrem Beziehungssektor eintreten, nimmt die Kommunikationsunterstützung zu. In Ihren letzten Tagen in Ihrem Kommunikationssektor nähert sich Venus, der Planet der Liebe, einem freundlichen Aspekt zu Neptun in Ihrem Beziehungssektor, während es leichter wird, Plutos direkte Wendung und die Verlagerung des Fokus weg von der Vergangenheit an der romantischen Front zu spüren. Täglicher Planetenüberblick Heute früh könnten Sie sich in einem tiefgründigen und zum Nachdenken anregenden Gespräch wiederfinden, da Merkur in der Waage im Quadrat zu Pluto im Steinbock steht. Gespräche in dieser Zeit werden wahrscheinlich viel tiefer gehen als erwartet und Bedeutungsebenen oder verborgene Wahrheiten ans Licht bringen, die Sie überraschen könnten. Waren Sie schon einmal in einer dieser Situationen, in denen ein lockeres Gespräch zu etwas Intensiverem wird und Dinge enthüllt, mit denen Sie nicht gerechnet haben? Diese Art von Energie könnten Sie heute erleben. Diese Gespräche können zu Durchbrüchen führen, aber sie können auch herausfordernde Emotionen oder Themen zur Sprache bringen. Eine wichtige Sache, die Sie heute im Hinterkopf behalten sollten, ist, auf Ihren Körper zu hören. Wenn diese kosmische Energie um Sie herumwirbelt, spüren Sie möglicherweise ein Gefühl der Frustration oder Anspannung, das sich in Ihnen aufbaut. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Körper bei Stress oft subtile Signale sendet, sei es ein Verspannen in den Schultern oder ein unangenehmes Gefühl im Magen? Heute ist es wichtig, auf diese Signale zu achten und auf sich selbst aufzupassen. Ob das bedeutet, eine Pause einzulegen, spazieren zu gehen oder einfach tief durchzuatmen, um sich zu entspannen, kleine Akte der Selbstfürsorge können einen großen Unterschied machen, um ihr Gleichgewicht zu halten. Dies bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt, Missverständnisse. Unter diesen kosmischen Einflüssen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, missverstanden zu werden oder die Aussagen anderer falsch zu interpretieren. Hatten Sie schon einmal ein Gespräch, bei dem Sie und die andere Person auf völlig unterschiedlichen Wellenlängen zu liegen schienen, obwohl Sie beide versuchten, klar zu kommunizieren? Heute könnte das leichter passieren als sonst, also seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie wichtige Angelegenheiten besprechen. Wenn möglich, wäre es vielleicht ratsam, wichtige Aufgaben oder Besprechungen auf einen anderen Tag zu verschieben, insbesondere wenn die Emotionen hochkochen. Während Ihr üblicher direkter Ansatz in anderen Situationen gut funktionieren könnte, könnte er heute zu unerwarteten Komplikationen oder Konflikten führen. Bleiben Sie also aufmerksam und wählen Sie Ihre Schlachten mit Bedacht, insbesondere mit Ihren Lieben. Wenn diese transformative Energie greift, werden Sie einen deutlichen Anstieg Ihrer Begeisterung und Vitalität bemerken. Es ist, als ob das Universum Ihnen ein kosmisches grünes Licht sendet, damit Sie Ihre Ziele mit voller Kraft verfolgen können. In Ihrem Berufsleben werden Dinge, die einst entmutigend oder unerreichbar schienen, allmählich Ihren Platz finden. Aufgaben, die gefühlt ewig über Ihrem Kopf schwebten, werden mit Leichtigkeit bewältigt und alle neuen Projekte, die Sie in Angriff nehmen, werden wahrscheinlich von Erfolg gekrönt sein. Ihr Selbstvertrauen ist im Moment magnetisch und diese Energie wird die Menschen auf natürliche Weise zu Ihnen, Ihren Ideen, Ihrer Leidenschaft und Ihrer Vision hinziehen. Sie haben vielleicht kreative und künstlerische Möglichkeiten, romantische und leidenschaftliche Momente, stabile und sichere Finanzen, eine friedliche und unterstützende Familie, eine flexible und aufgeschlossene Einstellung, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Kommunikation und Kompromissbereitschaft, vorsichtige und umsichtige wirtschaftliche Beratung, Glück und Erfolg, Erkundung und Lernen, Nahrung und Vitalität, Ausdruck und Entspannung, Aufregung und Freiheit, Enthusiasmus und Selbstvertrauen und Glück und Erfolg.